Typen, die ich gekehrt habe, gelootet, habe seine Schrotflinte bekommen und da- oh, da vorne ist einer! Fehlen wir mal. Dann war es schon vorbei. Oh, ich habe einen geklemmen, aber er mir auch. Hey, wie hat er das hier gemacht so schnell? Oh fuck, der ist weiter links. Da, irgendwo. Okay, okay. Ah, jetzt war irgendwo late. Warte! Oh! Alter! Tatsache, hier ist es! Ja, darunter soll das sein. Okay. Ich brauche dich doch. Ja, das stimmt. Du brauchst eine ausgewogene Mischung. Du musst auch wissen, wo kann ich rennen. Ja. Also, irgendwie kriegst du, wenn du spielst, kriegst du ja ein Gefühl mit der Zeit, ja? Ja, genau. Ab und zu ist es mal falsch, aber im Großen und Ganzen, das war ja bei mir am Anfang auch, wo ich das erste Mal hier gespielt habe, ich bin auch nur geschlichen. Ja. Oh, du kommst ja zu nichts. Ne. Oh, hier wurde ich letztens beim Quick Play durch zwei Leute gekillt. Aha. Und ich hatte halt extrem Zeitdruck. Ich glaube, es war nur bei 99 und bei 99 bin ich dann schon so ein bisschen, ja, jetzt muss man langsam mal zu den Typen da reingehen. Ja. Warte, ich, ich logg wieder weg. Und da haben sie dich erwischt. Ja, da hat mich dann einer, der grad erst angefangen hat, betant. Ha? Der hat mich dann geholt, hab ich auch gedacht, ja, der wird sich freuen. Ja. Wo ist der Fettsack? Hast du mich hinterher gekommen? Der ist von mir. Ich hab nicht hingewiesen. Oh. Bleib drauf hoch. Ich komm von der anderen Seite. Ja, naja, solche Situation hast du mal, das ist halt, das ist trotzdem ja eine Erfahrung und es macht trotzdem Spaß gemacht. Ja. Hier steht der nächste Dicker. Oh, letztens beim Quick Play, was ich gewonnen hatte, da hatte ich ein Playboy Hackenschützen. Aha. Und hab ein, äh, dann war ich im Gebäude. Und dann hab ich gedacht, aber ein Schrot von der Welt soll ich besser, wenn da, wenn jetzt noch jemand kommt. Und dann hab ich den Typen, den ich gekillt hab, blutet, hab seine Schruttflinte bekommen. Und da, oh, da vorne ist einer. Und dann... Oh, da hätte ich. Und dann hab ich seine Schruttflinte halt genommen. Ja. Und dann kam echt noch einer, den hab ich dann gekillt. Cool. Wollte ich zu meiner Label rennen und die aufheben, dann war's schon viel geil. Oh, ich hab mal eine gekillt, aber er mir auch. Hä, wie hat er das hier macht so schnell? Der ist ja immer noch auf dem Feld, oder? Ne, der war da an diesem Turm. Der hat einen Mob gekillt. Hm. Aber beim Turm seh ich grad keinen. Ich sag, der muss ja irgendwo Winzer auf dem Weg. Alter. Na gut, das können zwei sein. Ja. Die dich auch. Und da läuft einer. Ich hab ihn. Sehr schön. Sein Kumpel Licht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er ihn nicht aufhebt. Ja. Ich geh mal runter. Versuch mal hier unten mein Glück. Oh, der ist immer noch da bei dir. Okay. Ich komm, hol, guck auf ihn. Ich komm von hinten. Ich glaub, der hat nur Sparks. Okay. Hat sich so angehört. Das war was schwereres. Oh fuck. Der ist weiter links. Da irgendwo. Okay. Scheiss, ich hab ihn. Ich hab ihn. Boah, sehr schön. So, heile dich. Ja. Ja. Ich komm wieder weg. Oder der erste? Ja. Oh, der hat auch was mit Scharfschützen dabei. Ja. Krass. Ach, boah, nein. Deswegen konnte er mir so schnell zwei nichts geben. Hier liegt der nächste Experte. Der hat ne Sparks Scharfschützer. Ja. Ne, ne Martini Henry. Ach so. Ah, das ist die, die du immer magst. Ja. Und ne Bornheim. Und ne Bornheim. Okay. Ja, lass mal den Hinweis da vorne. Ja. Der geht ja gar nicht mehr. Ach stimmt. Hä? Die haben den ja schon. Ja. Ah, der ist direkt da unten beim Ausgang. Hm. Da können wir wenigstens rüber. Goldener Morgen. Und dann holen wir die Spinne. Ja. Oh, da vorne war Pferd. Irgendwo so da vorne in die Richtung. Aber die Pferde wären manchmal auch einfach so, oder? Oder? Ja, hab ich auch das Gefühl. Hm. Jetzt hast du einfach das 2.18 doppelt. Ja, aber es ist irgendwie auch so. Ich fühl mich so, ja, so motiviert durch dich irgendwie. Ja, cool. Das gibt mir extrem, ja, extrem Kick. Ja, das hab ich gerade gesehen. Ja. Ja. Du kennst doch bestimmt den Film Zurück in die Zukunft, gell? Hm. Ist schon eine Weile her. Ja. Da vorne, glaub ich, irgendwo in der Hütte oder irgendwo. Ja. Ja. Ich glaub da beim Morgendämmer, irgendwo irgendwo, da gibt's eine Scheune. Da steht das Auto drin, aber die haben da so eine Plane drüber. Ach so? Echt, ja? Ja. Oh, cool. Hat mir ein Freund letztens gesagt und dann hab ich gesagt so, was? Das muss ich mir angucken. Ja, ja. Oh. Und wo ist die Scheune mit dem Auto? Oh. Ich glaube, die müssten hier in der Nähe sein. Okay. Ah, jetzt war ich nur noch leid. Warte. Oh. Alter. Das hab ich auch noch nicht gehabt. Und das ist hier einfach verabredet. Hm. Stimmt, hier war ich noch nie. Tatsache, hier ist es. Ja, darunter soll das sein. Okay. Also man sieht's ja an den Ecken hinten. Ja. Cool. Haha. Echt, ey. Sag ich doch, du denkst, du hast schon alles gesehen, aber du nennst und siehst trotzdem immer wieder was Neues. Genau. Ich hab mich mega gefreutert. Hab ich gedacht so, ey geil, den Film müssten wir mal wieder angucken. Ja. Ja. Hier ist die Spinne. Ich kann sie sehen. Oh, jetzt hätte ich fast geschossen, aber es war die Spinne. Schießen irgendwie auf die Spinne. Mhm. Ich geh mal vorsichtig hoch. Okay. Ich will mein Glück probieren. Ich hoffe, dass der mit seinem Expressgewehr gleich eine Mission hat. Ja, das stimmt. Und ich hoffe, dass ich eigentlich mal hier jemanden sehe. An der Öffnung. Ah, jetzt sind sie unter mir. Ah, ne. Hier vorne. Ist klar. Ich hab auch abgedrückt, Mann. Ja, das kenn ich. Ich renne mal rein jetzt. Oh, er läuft über mir. Mhm. So, ich bin gleich bei dir. Wie komm ich da hoch? Ah. Ja, da vorne. Guck mal grad nach rechts. Da durch das Gitter, durch dieses Gitterfenster, da hat er mich anscheinend gesehen. Ah, okay. Und rechts daneben ist die Tür, da ist er dann rausgerannt und hat mich direkt umgeknallt. Okay. Da ist er grad. Ah, der ist wieder reingepackt. Ne, jetzt ist es hinweg nicht. Da ist er ja. Oh, es sind zwei? Ja. Ja. Das ist scheiß Gitter. Hast du was zum Werfen? Ja. Versuch mal das Dynamit durchzuwerfen. Was auf dich? Was auf dich? Schnell da durch. Ich brauche dich doch. Oh. Okay, die wissen eh, dass wir da sind. Ja. Ey. Nice. Dass der nicht weggefahren ist. Ey. Nice. Dass der nicht weggefahren ist. Ah, der brennt direkt. Cool. Die sind beide tot. Die brennen beide. Echt? Also da liegen zwei Leichen. Okay. Aber lass uns trotzdem mal vorsichtig sein. Ja. Ey, wenn ich die beide nehme. Krass, ich hab mich kaputt. Ich mach mal hinter uns die Tür. Ja, der hatte... Ne, der hatte... Ah, die hatten beide Schrotflinten. Okay. Oh, das war ganz schön krass. Die haben ganz schön Lärm gemacht für eine Schrotflinte. Ja. Okay, dann können wir jetzt die Spinne machen. Ja. Wir haben unsere Äxte nicht mehr. Ah, noch einen Schuss, dann bist du tot. Okay. Bis 20, ne? Sehr schön. Nice. Was sei denn Runde. Ah, jetzt hör ich wieder meinen Lebensfall zurück. Sehr gut, sehr gut. Was ist das? Ein bisschen. Ein bisschen. Siehst du das? Was sind das für Matten? Da steht benutzen. Hä? Ne, benutzen deswegen nicht. Ach so. Ach so. Ich dachte mir jetzt... Hä? Was ist das für Zeugs? Ach so. Wir müssen hier aufpassen. Nicht, dass hier andere sich jetzt anpirschen. Kann man sich ja hier getrost niederlassen. Ja. Ja. Es sieht dürstig aus. So, was nun? Richtung Hemlock und Heid. Ja. Und daraus. Mh. Mh. Ich bleib hier am... Auf der... Auf der... Spät. Das ist zwar gefährlich. Ja, das ist das Beste. Mh. Ein bisschen unterhalten. Das ist mir auch lieber, als welche, die wir einfach voll drauf fokussiert sind. Ja. Oder welche, die nicht wissen, weil wir mal die Grunde halten. Ich find's richtig gut. Also es ist nicht bei uns jetzt so bierernst. Ne. Es ist genau richtig, find ich. Spaß und... Ja. Erfolge auch noch. Ja. Das... Also... Wahnsinn. Ist ja alles dabei. Also jetzt guck ich nach. Letzte Version. Deine Tötung 2. Krass. Ich hab die beiden. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist echt... Oh, ich hasse bloß einen Schreien gehört, ja? Das war auch komisch. Ja. Und... Was soll ich sagen? Ich... Es... Es wird einfach nicht weniger. Ich hab jetzt bald 33.000. Es fehlen noch 15 Dollar. Ja. Und so weiter geht knackst du noch die 35 Dollar. molto chicks, guckロ. Ja. Das habe ich gezegend. Ich ent prende uns jetzt... Bis zum nächsten Mal.